Die Welt zu Gast in Berlin, das kann man bei der ITB tatsächlich so sagen, denn rund 10.000 Aussteller aus 180 Ländern präsentieren hier die schönsten Urlaubsziele der Welt. Aber wie fit sind die Reiseexperten denn wirklich? Genau das will ich jetzt wissen. Finde ich jemanden, der sieben europäische Wahrzeichen erkennt und auch sagen kann, in welcher Stadt die sich befinden? 15 Minuten habe ich dafür Zeit, also los geht's! Berlin, Brandenburg Gate. That's right! Franz, Paris, Eiffel Tower, Rome, Colosseum, United Kingdom, London, the London Bridge. It's in Berlin, and it's Berlotenburg, yeah? I don't know, it's London, Brandenburg Gate, I don't know what they call it like this, Brandenburg Gate. And which city? It's in German, actually in Berlin. It's in Paris, okay, it's Eiffel Tower. Maybe it's in Roma, in Italy, right? And I don't know what they call it, actually. Halbzeit und ich habe noch immer keinen Reiseexperten gefunden, der alle sieben europäischen Wahrzeichen nennen konnte. Das gibt's ja gar nicht, also weiter. Ah, this is the most historic Brandenburg Gate in Berlin. This is in Paris, Eiffel Tower, Rome. Ah, I just forgot the name. This is in Rome, I have visited three times. Brandenburg Gate in Berlin. Latouriefel in Paris. This is in Rome, Colosseum, in London, Bridge. Which one? Eh, Tower Bridge. Autumn, Autumn in Brussels. This in Greece, in Athens, Colopolis. In Copenhagen, Little Marmara. Absolutely right. Thank you. Endlich, wir haben einen Gewinner und damit gewinnen Sie diesen blauen Buddy-Bär. Das ist ein typisches Symbol aus Berlin und da sind auch noch ganz viele europäische Wahrzeichen drauf. Herzlichen Glückwunsch. Thank you so much. Tschüss. Ich habe jemanden gefunden und das in weniger als 15 Minuten. Das heißt, ich habe die Challenge gewonnen. Jetzt bin ich aber auch reif für die Insel, also mal schauen, was es hier so im Angebot gibt.